Guten Morgen, einen schönen Tag wünschen wir euch hier heute aus dem Bernauer Hochtal aus Bernauhof. Hier haben wir unsere Hinterwälder Milchviehherde, die bereits heute Morgen trotz Feiertag ihre Arbeit erledigt hat und ihre Milch in den Tank geleert hat für die Schwarzwaldmilch in Freiburg. Jetzt ist die Viehherde an ihrer zweiten Hauptarbeit, der Landschaftspflege. Hier befinden wir uns auf einer Fläche, einer Alimentfläche vom Alleinstellungsmerkmal des Biosphärengebietes. Die Fläche Steillagen, FFH und Vogelschutz kartiert befindet sich unter LPR-Pflege, also nach den Landschaftspflege-Richtlinien. Diese Herde, eine Hinterwälder Milchkuhherde, von dieser Rasse, artengefährdeten Rinderrasse, vom Aussterben bedroht, gibt es noch ca. 330 Milchkühe, die unter Milchleistungsprüfung stehen. Gott beschütze die Herde, die Gesundheit vom Vieh und die Bauern, wenn der Wolf kommt, vor der Psychiatrie. Somit wünsche ich euch allen einen schönen Feiertag.